Tag auch zum Q&A, zur letzten Folge zum Geschichte und Gegenwart des 1.Mais. Wir haben diesmal nur zwei Rückmeldungen bekommen, also ein bisschen weniger, aber kann ja nicht immer so fulminant sein wie bei der Drogenfolge. Außerdem können wir so nochmal Werbung für den 1.Mai in Dortmund machen. Jetzt reicht es aber auch langsam, wir machen überall und langsam haben unsere Follower. Letztes Jahr kein 1.Mai, ein bisschen Entzugserscheinung und deswegen sind wir extrem heiß. Dann starten wir mal. Genau. Die erste Rückmeldung kommt von Frederik, schön, dass du wieder dabei bist, dass du am Start bist und uns immer so schön viele fleißig Rückmeldungen schickst. Wo die Demo in Hamburg von der in Dortmund inspiriert wurde. Wurde die in Dortmund eigentlich von der in Bonn angeregt? Vielleicht noch als Anekdote dazu. Als wir 2013, glaube ich, die erste anarchistische 1.Mai-Demo in Bonn organisiert haben, war sie mit ca. 300 Teilnehmenden ungefähr doppelt so groß wie die DGB-Demo. Es macht meiner Meinung nach durchaus Sinn, eigene Aktionen zu organisieren, die sich nicht an die bürgerlichen Gewerkschaften hängen. Mit etwas Mühe kann das die eigene Sichtbarkeit enorm erhöhen und man geht nicht im Wust von DGB und Co. beim Bratwurststand unter. Richtig aufgezogen könnte man sicher auch da gute Akzente setzen, aber zumindestens wir wollten damals auf Distanz dazu gehen. Ich meine, in unserer Region gab es ja eigentlich beides und ich kann mich auch noch erinnern, wie wir auch beides kombiniert haben. Wir hatten ja, ich glaube, bei den letzten beiden 1.Mai-Demos die DGB-Demo in Essen so ein bisschen in Anführungszeichen gekapert zusammen mit der Gruppe K. Dabei hatten wir uns dann mit einem Hochtransbi, glaube ich, an die Führung der Demo gemogelt und da dann ein bisschen klassenkämpferische Stimmung eingeheizt, was auch zu unterschiedlichen Reaktionen natürlich geführt hat. Ein paar DGBler fanden das, glaube ich, ganz unterhaltsam bis gut, aber es gab natürlich viele, gerade aus der Führung und von den OrdnerInnen, die das dann nicht so rosig fanden. Dortmund hat mir das gleiche eigentlich auch gemacht dann bei einem DGB. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Aber da haben wir das auch versucht. Also finde ich auch immer eine ganz nette Sache. Man muss nur mal gucken, wie man das gestaltet. Also da würde ich zum Beispiel im Nachhinein etwas selbstkritisch sagen oder kritisch sagen, dass das so zu konfrontativ teilweise war. Also, dass dann eben gewisse Parolen wie Hartz IV, das wart ihr, dann dieser Demo entgegenzurufen, stimmt zwar vielleicht teilweise für die Funktionäre auch, aber natürlich nicht für die einfache DGB-Basis. Deswegen, da muss man dann auch so ein bisschen gucken, wie man kritisch ist, aber jetzt nicht total die Leute vergrault, weil es gibt ja auch an der DGB-Basis wirklich gute Leute, die eine wichtige Arbeit machen, die auch klassenkämpferisch drauf sind. Also... Ja, und ich glaube, die uns auch recht positiv teilweise geneigt sind und auch selber ein Interesse daran haben, vielleicht irgendwo in was klassenkämpferisches einzutreten. Ich denke aber auch, dass der 1. Mai einfach nicht der Tag ist, wo du sonderlich viel bei den Leuten da holen kannst. Das ist dann eher die Arbeit, die du das Jahr überleistest und die einfach von dir dann überzeugen kannst. Aber nochmal zu Bonn. Also, ich glaube, Bonn war so ein bisschen vor deiner Zeit, beziehungsweise... Du warst nie bei den 1. Mai-Demos in Bonn, ne? Nee. Und ich war da, also ich war bei ein oder zwei, ich glaube eher zwei Demos dabei. Ich würde jetzt... Ich kann jetzt nicht sagen, dass es so war, dass in Dortmund das irgendwie so... Naja, in Bonn war das ja so und so und dann machen wir das jetzt hier auch. Aber es hat auf jeden Fall zumindest mich unterbewusst mindestens beeinflusst natürlich, weil das sehr erfolgreiche, coole Demonstrationen eigentlich waren, die ich auch immer schön fand und wo das auch gelungen ist mit dem, was du skizziert hast. Also, dass man eben die eigenen Inhalte nach vorne rückt und sich nicht nur irgendwo dranhängt. Ich meine, es wird ja allein schon dadurch deutlich, dass du geschrieben hast, dass wir da doppelt so viele Leute am 1. Mai waren wie der DGB. Das Wichtige, was ich dazu zu sagen finde, ist, ich bin auch immer der Meinung, dass man gucken muss, gucken sollte, ist eine ganz wichtige Strategie für die anarchistische Bewegung sein muss, die eigenen Strukturen voranzubringen, eigene Sachen zu gestalten, eben dann auch am 1. Mai explizit eigene anarchistische Demonstrationen zu veranstalten und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Aber natürlich kann das nicht jede Stadt realisieren. Also auch wenn man sich das natürlich wünscht, aber es ist schon ein gewisser Aufwand natürlich, so eine Demonstration zu gestalten, die dann auch einen gewissen Erfolg hat. Ich glaube, es gibt in vielen Städten einfach keine gut organisierte anarchistische Bewegung, um das zu gewährleisten. Oder wenn es die gibt, dann gibt es häufig so große feststehende Ereignisse. Also, wenn jetzt in Berlin oder in Nürnberg oder in Stuttgart oder was auch immer, da gibt es ja dann riesige 1. Mai-Demonstrationen, die schon entsprechend besetzt und geprägt sind von einer revolutionären Politik. Und da ist natürlich dann auch schwierig, nochmal was Eigenes zu machen, am 1. Mai zumindest. Aber ich denke, das hängt auch immer davon ab, was, wie du schon gesagt hast, in der eigenen Stadt los ist. Weil ich glaube, wenn es halt eine bestimmte anarchistische Bewegung, schräg Strich dann meistens ja eher Szene, in einer kleineren Stadt gibt, dann kannst du halt häufig, also ich meine, am Beispiel von Bonn ist es halt ein bisschen jetzt komisch, das zu sagen, weil es einfach eine extrem große Stadt ist. Aber ich glaube, in vielen kleineren Städten könnte man dann schon mit einer kleinen 1. Mai-Demo einfach das Stadtbild ziemlich prägen, wenn es halt sonst nicht viel gibt, weil eben linke Kräfte dann auch lieber dahin gehen als zur üblichen DGB-Demo. Und ich glaube, da kann man dann schon sagen, traut euch da mehr. Und das gilt auch generell. Also da muss man wirklich nochmal ein Lanze dafür brechen, zu sagen, die anarchistische Bewegung muss sich einfach mehr trauen. Es gibt einfach so ein tief verwurzelter Angst, fast schon vor der Öffentlichkeit, dass Leute nicht immer sagen, ah, die Leute denken ja, wir sind alles nur Chaoten und das ist alles ganz schlimm und ne. Das denken die, weil ihr so nicht offen auftretet. Genau. Wenn ihr offen auftretet und mit Stolz sagt, ja, ich bin überzeugter Anarchist, ja, ich kann euch was darüber erzählen, dann ist das was ganz anderes. Natürlich verbinden die Leute Anarchismus dann eher mit den paar Gestalten, die dann einfach nur Bock auf ein bisschen Szene Wyatt haben. Da dann aber offen mit anarchistischer Symbolik umgehen und auftreten, weil die haben kein Problem damit. Ich denke, das hängt natürlich auch von Stadt zu Stadt teilweise ab. Ich weiß nicht, wie es in manchen Städten in Ostdeutschland oder so ist, da wird es nochmal teilweise anders sein. Aber eigentlich ist es wirklich so, ja, mehr Mut wieder, weil wir haben wirklich die Erfahrung gemacht in jahrelanger Arbeit hier in Dortmund auf der Straße. Du bekommst einfach wirklich viel Zuspruch, wenn du es vernünftig machst. Es ist eben wirklich so, dass auch jetzt gerade in der 1. Mai-Mobilisierung für Dortmund merken wir das einfach, dass wir, das ist jetzt nicht so, dass du überrannt wirst und die Leute alle sagen, wow, wie geil. Natürlich ist die Masse der Leute apathisch gegenüber oder neutral gegenüber und geben halt keinen Fick. Aber es gibt einfach sehr wenig überhaupt Anfeindungen und im Vergleich dazu viel positive Rückmeldung, dass Leute wirklich sagen, einfach auf der Straße, ja, geil, ich komme vorbei, bring meine Jungs mit oder was auch immer. Also sowas haben wir eben auch schon gehabt, ne, jetzt auch wieder. Es ist eben nicht das Wort, es ist das Außenbild. Es gibt genauso viele antifaschistische Demonstrationen in unserer Region, wo man jetzt sagen kann, das Wort ist viel weniger negativ konnotiert in der Gesellschaft, aber wo sicherlich viel weniger Leute positiven Zuspruch geben würden, einfach weil das Außenbild schlechter ist. Das ist das, worüber ihr euch Sorgen machen solltet und nicht, ob ihr euren 1. Mai anarchistisch, revolutionär oder was auch immer nennt. Die zweite Rückmeldung direkt zu der Folge ist von Klar Bautermann. Auch schön, dass du wieder dabei bist. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie sieht der 1. Mai heute in den USA aus? Wieso wird die Geschichte des 1. Mais auch heute noch in Deutschland, auch in der radikalen Linken häufig anders erzählt? Und wie können wir das verändern? Wie genau ist es eigentlich dazu gekommen, dass bereits 1905 die anarchistische Geschichte des 1. Mai nicht mehr relevant war? Vielleicht müssen wir auch über neue Strategien nachdenken, einen richtigen ArbeiterInnen-Kampftag in Deutschland zu etablieren. Zum Beispiel den 4. Mai, da der 1. Mai einfach schon sehr vereinernd worden ist. Generell zur Geschichte der Anarchie finde ich die Arte-Doku Eine kleine Geschichte der Anarchie sehr empfehlenswert. Wieder eine tolle Folge. Und ja, bitte unbedingt eine Folge zur FVU machen. Hat mich wieder daran erinnert, dass ich endlich eintreten muss und dann kurze Zeit später. Der FVU-Mitgliedsantrag ist auch endlich ausgefüllt. Sehr schön. So ist das gut. Also die Doku kleine Geschichte der Anarchie haben wir beide auch gesehen und würden sie auch extremst empfehlen. Beste geschichtliche Doku. Ja, also es gibt echt nichts Vergleichbares, zumindest deutschsprachiges, was mir jetzt irgendwie bekannt ist. Also danke mal wieder an Arte für den guten Content. Zum ersten Mal in den USA hatte ich gerade nochmal nachgeguckt, weil wir da beide jetzt nicht so viel Ahnung zu hatten. Außer, dass es natürlich gerade jetzt mit dem Neuaufleben der Massmobilisierung der radikalen Linken in den USA während der Präsidentschaft von Trump natürlich, kann man schon sagen, radikalere Erste Mais gab und einfach eine viel breitere linksradikale Sichtbarkeit. Aber es war wohl so, dass ganz lange der 1. Mai kein Feiertag wie in anderen Staaten der Welt war, sondern dass es den Labor Day gab, so wie einfach in Deutschland der Tag der Arbeit, der aber immer der erste Montag des Septembers war. Es gab dann auch eine kommunistisch-anarchistische und generell gewerkschaftliche Kampagne dazu, den auf den 1. Mai zu verschieben, was aber nicht erfolgreich war und auch bis jetzt nicht erfolgreich ist. Natürlich gab es währenddessen immer von gewerkschaftlicher Seite, von kommunistischer Seite, von anarchistischer Seite Erste-Mai-Demonstrationen, die dann auch teilweise vor allem während der Great Depression, also der Weltwirtschaftskrise, die ja auch die USA besonders stark getroffen hat, immer radikaler wurden. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1947 wurde der 1. Mai dann als Loyalty Day einberufen. Und das war für die US-Veteranen ein Feiertag, um einen antikommunistischen Einfluss und eine antikommunistische Rekrutierung während der 1. Mai-Demos zu bieten. Da wurden nämlich die Veteranen aufgerufen, an diesen Sachen teilzunehmen, um patriotisches und antikommunistisches Gegengewicht zu bieten. Das Problem war dann, dass während des Vietnamkriegs natürlich viele US-Veteranen eher in eine linke Richtung politisiert wurden, weswegen der dann auch ein bisschen seinen Glanz verloren hat, der Loyalty Day. Während der 1. Mai ja in den USA dann immer noch nicht ein irgendwie Arbeiterkampftag, Tag der Arbeitfeiertag war, gab es dann noch andere Besetzung. Und zwar war es dann so, dass der 1. Mai 2006 von größtenteils Latino-Arbeitern dazu gewählt wurde, um einen Generalstreik auszurufen, nämlich den Great American Boykott. Da ging es dann um die Rechte von undokumentierten Immigranten aus lateinamerikanischen Ländern und generell Immigranten. Ja, seitdem gibt es auch in Kalifornien immer wieder Märsche während des 1. Mai, um auf die Probleme von Migranten-ArbeiterInnen hinzuweisen. Ja, und abgesehen davon ist der 1. Mai recht ähnlich wie in anderen westlichen Ländern jetzt. Es gibt zwar keine großen etablierten Gewerkschaften, die wie hier irgendwelche Bratwurstfeste machen, aber natürlich beteiligen sich diese Unions dann auch an verschiedenen 1. Mai-Demos und nebenbei gibt es natürlich eine viel größere linksradikale Beteiligung jetzt in den USA. Genau, zu deiner Idee noch, dann nicht am 1. Mai auf die Straße zu gehen, sondern an einem 4. oder anderen Tag im Mai. An sich finde ich die Idee jetzt nachvollziehbar, aber zumindestens ich würde wirklich beim 1. Mai bleiben, weil ich finde, dass wir darum kämpfen müssen, diese Bedeutung zu bewahren. Genauso wie wir auch um andere für uns in unserer Entwicklung wichtigen Eckpunkte unserer Bewegung kämpfen müssen. Das hält uns natürlich nicht davon ab, auch an anderen Tagen dann auf die Straße zu gehen. Also wir können ja auch an anderen Tagen, die dann nicht der 1. Mai sind, noch zusätzlich probieren, was zu starten. Es gibt ja auch um den 1. Mai herum diverse andere symbolträchtige Tage. Zum Beispiel gibt es, ich glaube, am 28. oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher gerade, einen Tag, wo es um die Opfer von Arbeitsunfällen geht. Solche Tage kann man natürlich auch nochmal zusätzlich stärker etablieren. Oder ich glaube, am 2. Mai gibt es dann auch so einen Tag der Arbeitslosen und solche Nummern, wo dann immer nur so einzelne Sachen immer in Deutschland passieren. Da kann man natürlich auch nochmal einen stärkeren Fokus drauflegen, das auch mit zu etablieren noch. Aber der 1. Mai bleibt der 1. Mai und den sollten wir nicht aufgeben. Ich stimme auf jeden Fall zu, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es natürlich spannend sein könnte, um eben auf die Geschichte hinzuweisen, auch einfach mal am 4. Mai eine kleinere Aktion zu machen. Oder beispielsweise das dann für etwas kämpferischere Aktionen zu nutzen. Dementsprechend würde ich sagen, warum nicht? Ja, klar, warum nicht? Und zur FHU werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge machen. Ist halt die Frage, wann wir das realisieren können. Da wäre es, denke ich, am besten, wenn wir auch einen Gast noch zu dem Thema haben. Und dann müssen wir einfach schauen, wann das geht. Ist ja auch unter Corona-Bedingungen oft nicht so einfach alles. So, und dann haben wir noch zum Schluss eine kleine Rückmeldung, die jetzt nichts direkt mit dem 1. Mai zu tun hatte, aber wo wir gedacht haben, dass es ganz interessant sein könnte, da nochmal drüber zu reden. Und zwar ist die von Mino. Danke dir auch fürs regelmäßige Kommentieren. Und zwar geht es dabei darum, dass wir heute war es, glaube ich, eine Story gepostet haben zu einem Feminizid in Saudi-Arabien, wo eine Frau von ihrem Bruder ermordet wurde, weil sie ihr Gesicht auf TikTok gezeigt hat. Zwar hatten wir dann in der Story, meine ich, gegen Islamismus und Sexismus geschrieben, Feminizide unmöglich machen. Und daraufhin hat Mino uns geschrieben, Ich finde den Ausdruck Islamismus nicht so passend. In der Religionswissenschaft ist der Ausdruck religiöser Fundamentalismus verbreitet und kann auf alle Religionen angewendet werden. Man sagt ja auch nicht Christianismus. Würde auch keinen Sinn ergeben, weil es inhaltlich nichts bedeutet. Auch was Massentauglichkeit angeht, Muslime in Deutschland machen die Erfahrung, dass immer gegen sie gehetzt wird. Sehr oft sind alle von ihnen gemeint, wenn von Islamismus gesprochen wird. Und deshalb ist auch mein Eindruck, dass der Ausdruck nicht gut ankommt und von ihnen auch wenig genutzt wird. Ich weiß selbstverständlich, wie ihr das meint. Und ich bin genauso gegen Fundamentalisten und für die Trennung von Religion und Politik. Auch was DITIB und so weiter angeht, stimme ich zu. Hierbei muss man noch kurz sagen, dass wir dann darauf hingewiesen haben, dass ja beispielsweise DITIB vom deutschen Staat unterstützt wird und dass es auch eine Verbindung von islamistischen Organisationen und der BRD gibt. Ich bin hauptsächlich mit kurdischen GenossInnen politisch aktiv. Ich habe nur von der Perspektive muslimischer Menschen in Deutschland gesprochen. Der Ausdruck Islamismus wird gegen sie in Politik und Medien ja als Kampfbegriff verwendet. Und die wenigsten würden ihn wahrscheinlich selbst verwenden. In dem Wort steckt ja auch nichts anderes drin als Islam mit einer längeren Endung. Ist praktisch eine Gleichsetzung. Man kann ja auch islamischer Fundamentalismus sagen, um das genauer zu benennen. Das ist eben ein wissenschaftlicher Begriff und kein westlicher Kampfbegriff. Ja, einmal, das hatte ich dir auch schon geantwortet. Finde ich es erstmal spannend, dann im Kontext von jetzt so einer Tat, wie die in Saudi-Arabien dann passiert ist, direkt diese Assoziationen hinzuziehen auf die Zustände hier. Weil das ist irgendwie nicht das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich dann sowas schreibe. Ich verstehe dann vielleicht, dass das, da habe ich selber keine ganz klare Meinung zu. Vielleicht dann besser zu sagen, wäre islamischer Fundamentalismus, wäre dann vielleicht besser, akkurater zu sagen. Aber wenn wir den Begriff Islamismus benutzen, ist das ja klar, dass wir das nicht aus einer rassistischen Sichtweise tun, sondern aus einer religionskritischen Sichtweise. Diese Sache hatte ja jetzt mit Deutschland erstmal nicht direkt was zu tun. Ich denke, wer sich davon angegriffen fühlt, wenn man im Kontext so einer Tat schreibt hier gegen diesen islamistischen und sexistischen Terror, da stimmt dann auch was bei der Person einfach nicht an der Stelle. Mich erinnert das wirklich stark daran, also vielleicht mal eben kurz jetzt noch so ein Content Warning, weil wir jetzt ja generell über Gewalt gegen Frauen, andere Minderheiten und Queers reden werden. Also mich erinnert das daran, als ich oder als wir, glaube ich, sowas ähnliches mal im Internet geschrieben hatten, als eine Transfrau in Dortmund versucht wurde, von Islamisten zu steinigen. Und da war dann auch die erste Reaktion nicht ein, oh Solidarisierung mit dem Opfer und gut, dass ihr das überhaupt öffentlich macht, sondern ein, warum nutzt ihr das Wort Islamismus in der Beschreibung? Oder wie es dann war, als vereinzelt Antifa-Gruppen nach den verschiedensten islamistischen Anschlägen in Europa das Wort Islamismus verwendet haben. Da war nicht das erste, okay, scheinbar müssen wir wirklich auch mehr gegen diese reaktionäre Form von Politik was machen, nämlich gegen den Islamismus, sondern die erste Reaktion war, warum schreibt ihr Islamismus? Das war einfach nur ein Arschloch, ein, was weiß ich, ein irgendwie gearteter Fundamentalist, der Menschen nicht mag. Die erste Reaktion ist scheinbar wirklich, wir müssen jetzt irgendwie hier nochmal die Ehre des Islams retten. Und das heißt nicht, dass man jetzt, du hast ja recht damit, dass wir auch gegen die rassistischen Konnotationen in der Islamkritik mit Politik machen müssen, dass wir uns darum sorgen müssen, was Muslime in Deutschland und auch in anderen Staaten erleiden. Und natürlich auch darauf achten, dass wir nicht selber rassistische Denkweisen da in unsere Politik mit einfließen lassen. Aber das sollte doch, wie du schon gesagt hast, nicht die erste Reaktion sein. Und nochmal zu dieser Begrifflichkeit mit Islamismus. Es gibt ja auch für andere politische Strömungen innerhalb von Religion oder von religiösen, theologischen Strömungen innerhalb von Religion Begrifflichkeiten. Und Islamismus hat sich einfach auch als Begriff für eben einen politisch agierenden fundamentalistischen Islam etabliert. Wir reden ja auch von einem ultraorthodoxen Judentum und reden nicht von jüdischem Fundamentalismus. Oder wir reden bei der Verschmelzung von hinduistischer Religion und dem Konzept eines hinduistischen Ethnostaates von Hindufaschismus. Da sagen wir ja auch nicht einfach nur hinduistischer Fundamentalismus. Und ich habe auch noch nie gehört, wenn diese beiden Begriffe verwendet wurden, dass dann irgendjemand auf die Barrikaden gegangen ist. Gut, bei ultraorthodoxen Juden mag es auch sein, weil es teilweise von wenigen auch als Eigenbezeichnung gewählt wird, wobei von vielen auch eben nicht. Aber warum wird da bei Islamismus so auf die Barrikaden gegangen und nicht bei den anderen Begriffen? Ja, und man braucht ja auch einen Begriff. Selbst wenn das ein Kampfbegriff ist, ist ja auch an der Stelle egal, wenn der aus einer religionskritischen Perspektive kommt, die eben nicht aus einer expliziten rechtspopulistischen Perspektive kommt, ist ja auch gut, einen Kampfbegriff gegen diese reaktionären Arschlöcher zu haben. Warum nicht so an der Stelle? Klar ist das halt problematisch. Aber das Problem ist doch, wir brauchen doch einen Begriff, wo wir dann bei den einzelnen Religionen eben diese spezifischen Sachen benennen. Weil ich finde, wenn halt so eine Sache, die exig mit einer Religion zusammenhängt, dann einfach verallgemeinert als religiösen Fundamentalismus, dann kann man eben ein bestimmtes Phänomen nicht präzise beschreiben. Und mich kotzt es einfach so an, das ist jetzt nicht gegen dich, Gerichtmino, aber im Allgemeinen kotzt es mich einfach so an und mir hängt es so zum Hals raus, dass bei allen Taten, die es auf der Welt ja ständig gibt, von Islamisten an der Stelle, immer gesagt wird, das hat ja nichts mit dem Islam zu tun, das hat nichts mit der Religion zu tun, das sind alles irgendwelche durchgedrehten Irren. Und das ist einfach völliger Bullshit. Und ich kann das halt auch nicht mehr hören. Das hat mit allen möglichen Sachen zu tun, aber es hat vor allen Dingen natürlich was auch mit der Religion zu tun, weil der Islam ist nun mal in Teilen eine total reaktionäre Religion. Und sogar im Vergleich zu den anderen Weltreligionen unfassbar viel mehr in seiner aktuellen Situation reaktionär geprägt. Wenn man sich eben zum Beispiel das Lidebeispiel ansieht, der dann eben der offiziell anerkannte Moscheeverband in Deutschland ist, der ja wirklich dann in Deutschland den Dschihad predigt, mit dem türkischen Staat zusammenhängt, der ein faschistischer ist, der die, der, da brauchen wir jetzt nicht aufzuzählen, was der macht. Und da sind wirklich Zustände, auch diese, dann diese Verharmlosen, die von der Linken ist. Wir müssen da auch unbedingt nochmal eine Folge zu machen. Und da rede ich mich auch gerade schnell natürlich schnell in Rage. Aber mich kotzt das halt wirklich an, so wie damit umgegangen wird, wie das verharmlost wird. Da habe ich halt wirklich, wenn man da mal vielleicht ein bisschen überspitzt, da was schreibt, was wir eigentlich in dem Fall auch nicht wirklich gemacht haben, dann ist das auch das Geringste. Ja, es war auch nichts überspitztes bei. Aber dann, selbst dann ist mir das auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Weil wichtiger ist auch mal dann zu polemisieren. Polemisieren. Okay, jetzt habe ich mich auch genug in Rage geredet. Ja, sicherlich könnte ich da auch noch die ein oder andere Sache zu erzählen. Da gab es ja auch mal um verschiedene Publikationen und Texte hier in Dortmund die ein oder andere Kontroverse. Aber du hast recht, ich glaube, das ist wirklich was für eine eigene Folge. Und wie gesagt, Mino, du hast da, das ist einfach so ein gewisser Punkt bei uns. Der, der sitzt immer tief. So, da ist einfach, da wird es dann, wird es dann schnell bei uns emotional, bei dem Thema irgendwie, weil wir so enttäuscht sind letztendlich von der, von der Linken und dem Umgang damit, dem Thema, dem nicht behandeln. Und deswegen reagieren wir da so drauf. Aber verstehe es bitte als entsprechende Reaktion. Und ich kann ja auch schon in der Tendenz nachvollziehen, was du damit sagen willst. Also es ist jetzt nicht so, dass das völliger Bullshit ist, was du sagst. Da haben wir ja probiert auch drauf einzugehen. Gut, ich denke mal, das reicht dann auch für heute. Und wir hatten ja doch noch ein paar spannende Punkte und wieder auch zwei Ideen für Folgen, die wir dann irgendwann umsetzen werden. Wir machen dann für heute Schluss, weil wir haben noch viel für den 1. Mai zu tun. Wir müssen auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen für Sonntag. Oh ja. Wir freuen uns dann, wenn wir euch alle am Samstag auf der Straße sehen. Und am Sonntag dann wieder hören bei über Tage. Glück auf! Glück